Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich Willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Million Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel. Und die Folge heute ist die Nummer 172. Und wir schauen uns mal eine Investmentidee an. Nicht nur eine, sondern 13 von Jefferies. Die Unglückszahl. 13 Investmentidee für das Jahr 2023 von Jefferies. Auch immer wieder für Analysten bekannt, die Unternehmen analysieren, Kursziele aussprechen. Und hier dann eben auch 13 Favoriten für das Jahr ausgepickt haben. Und das richtig coole ist Marcel, es sind keine Unternehmen aus den USA mit dabei. Viele Exoten, die wir beide noch nicht gekannt haben. Und es gibt für Marcel eine richtig spannende Aufgabe. Weil am Ende muss er einen Korb picken aus mindestens sieben Aktien, die den Markt dieses Jahr schlagen wollen und werden. Dazu gibt es natürlich wie immer noch zwei Unternehmen, die wir live kaufen werden in unserer Investmentidee der Woche. Ganz am Ende natürlich wie immer über unseren Werbepartner Trading212. Dann ist uns aufgefallen, dass wir auch bei unserem Werbepartner Companisto, hier investieren wir natürlich in Startups, auch schon ordentliche Renditen eingefahren haben mit drei Startups. Also seid gespannt für das Update. Wir müssen leider über 10.000 Entlassungen entsprechen bei einem großen Startup, kein Startup mehr, bei einem großen Tech-Unternehmen. Weiter geht es dann mit einem Aktienmarkt, den wir beide gar nicht auf dem Schirm haben, aber den in den letzten 100 Jahren im Schnitt 11,3% Rendite pro Jahr erwirtschaftet hat. Wir grüßen den Ministerpräsidenten aus Bayern im Top der Woche. Wir verabschieden ein großes Unternehmen, das größte deutsche Unternehmen vom Frankfurter Börsenparkett. Dann gibt es die 13 Investmentideen und dann natürlich noch meine persönliche. Was gibt es denn von dir heute auf die Ohren? Ja, wir monieren zum einen einen, ja ich sag mal, Ausbauer für erneuerbare Energien. Wer wird das wohl sein? Wir freuen uns zusammen für ein Münchner Unternehmen, welches einen riesen Auftrag erhalten hat. Außerdem stellt ein großes Unternehmen tolle Produkte vor und wir beklagen den Verlust von einem Unternehmen, die dieses Jahr das Russlandgeschäft abschreiben mussten. Außerdem wollen wir natürlich das Best-of von der JP Morgan Healthcare Konferenz 2023 mitbringen. Damit fangen wir, denke ich, auch gleich an. Genau, bevor wir jetzt starten, noch einmal wirklich die Bitte an dich, abonniere uns gern, gib uns gern ein Like. Abonniere uns gern auch bei YouTube, bei Instagram, da kannst du uns sehr gerne folgen. Gib uns gern auch 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify, man kann auch beides machen. So hilfst du uns auch noch ein bisschen größer zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt, Marcel, will ich von dir hören, was war diese Woche auf der Healthcare Konferenz? Los, viel Spaß. Letzte Woche, lieber Philipp, haben wir einmal versprochen, dass wir uns um die JP Morgan Healthcare Konferenz 2023 auch mal kümmern und da noch mal schauen, was sind so die Highlights gewesen. Und da, wie ja letzte Woche, war das Ganze ja noch nicht komplett vorbei. Deswegen können wir jetzt von Weitem mal einen Blick drauf werfen, was es so Neues gibt. Und ganz wichtig und ganz interessant war natürlich gleich am Anfang, dass es doch recht starke Herausforderungen in der ganzen Branche gab. Einfach schon deswegen, weil natürlich viel Geld aus dem ganzen Markt genommen wurde und insofern natürlich auch sehr wenig Finanzierungskapital da war für neue Projekte, für laufende Projekte. Und insofern ist das natürlich nicht so einfach, weil wir wissen ja, Philipp, im Pharma-Bereich, im Pharma-Sektor haben wir ja schon einen sehr hohen Kapitalbedarf, um zu forschen, um zu entwickeln. Und das war eben wirklich nicht ganz so einfach. Außerdem gab es Themen für die Krankenversicherer, denn das ist ja auch wichtig gerade für den Hinblick auf die Investitionen zu Humana oder United Health Group und so weiter und so fort, gibt es doch Pläne seitens der beiden Regierungen, dass man eben bestimmte Änderungen in der Finanzierung der Medikamente vorhat und eben diese umsetzen möchte. Und da ist zum Beispiel Humana auch sehr konservativ bei den Jahreschätzungen. Das gefällt mir ja immer. Ich bin ja selber investiert mit einer vollen Position. Genau. Und Sie sagen ja tatsächlich, dass Sie lieber jetzt ein bisschen konservativer prognostizieren dieses Jahr, bevor Sie dann, weil Sie glauben, dass es ja auch ein längerer Zeitpunkt schon davon profitiert wurde, wie es bisher lief. Es war ein echter Run drauf und man konnte halt sehr viel, das hat man ja auch in den Aktien gesehen, einnehmen, aber dass man jetzt vielleicht eher damit rechnet, dass es auch durch diese neuen Änderungen da auch ein paar Einbrüche geben könnte. Nicht im allzu üppigen Stile, aber eben das Wachstum könnte dadurch ein bisschen gebremst sein. Also gut, wenn Humana da eh schon die Prognose jetzt nicht so üppig gewählt hat. Außerdem gibt es viele Kooperationen von Unternehmen, die man so an sich noch nicht gehört hat, muss man sagen. Also viele kleine Biotech-Unternehmen, die ja noch sehr früh im Stadien sind mit verschiedenen Partnern auch forschen. Und unter anderem, ich sage mal, was etwas größer ist, gab Bayer auch bekannt, dass Sie zum Beispiel ein Umsatzpotenzial in Ihrer Pharma-Sparte von 13 Milliarden Euro sehen, was 30 Prozent Marktanteil alleine für das Prostatakrebstherapeutikum in den USA, da haben Sie jetzt schon sehr, sehr viel eingenommen und werden wohl alleine dadurch drei Milliarden Euro einnehmen. Und auch die restlichen Medikamente von Bayer sind eben da doch recht, ja, ich sage mal, sportlich auch im Ziel, was Bayer sich da gegeben hat. Kann man sich das mal anschauen. Wird ja total interessant, auch neuer aktivistischer Investor bei Bayer jetzt mit investiert. Stimmt. Und will keinen internen Kandidaten. Der möchte jemanden, der richtig aufräumt. Ob wir die Abspaltung, die Aufspaltung sehen? Irgendwann muss sie ja kommen oder wird sie wahrscheinlich kommen. Bestimmt, oder? Und dann gibt es noch einen Deal, den haben wir hier im Podcast bisher vernachlässigt, aber der war gar nicht mal so gering, denn Bayer & Tech kauft zum Beispiel InstaDeep für 362 Millionen Pfund und Ziel ist hier eine KI-gestützte Immuntherapie, dass man eben verschiedene Forschungsgebiete da noch beschleunigen kann. Die Zusammenarbeit gibt es schon seit 2019, also wo auch der Börsengang stattgefunden hatte von Bayer & Tech und nun wird das Ganze übernommen und übernimmt auch gleich die kompletten Mitarbeiter. Ansonsten war es eben tatsächlich nicht allzu viel, was bekannt wurde. Natürlich viele, ich sag mal, für die Branche interessante Themen, aber jetzt sind wir jetzt nicht diese wahnsinnigen Herausforderungen, wo man sagt jetzt hier, das ist jetzt unbedingt erwähnenswert. Da sind eher so die Ziele geebnet, dass man weiß, wo es hinführen soll und wie man am besten an diese Ziele kommt. Natürlich hat jedes Unternehmen auch selber nochmal ein bisschen was dazu gesagt, wie sie sich selber sehen in diesem Markt, wo sie eben stattfinden von Illumina bis hin sogar Nvidia hat gesprochen. Also da sieht man, dass man das Big Data noch alles so mit für die Branche innehält. Ich finde es ganz interessant. Wichtig ist also nochmal bei Bayer & Tech zu wissen, die nächsten Jahre sollen hier die Umsätze und die Gewinne massivst einbrechen. Ich habe jetzt nur mal ein paar Zahlen hier von Seeking Alpha. Der Umsatzrückgang dieses Jahr, was denkst du, für Geschäftsjahr 2023? 30. Minus 42,92 Prozent Gewinn. Minus 51, das Jahr darauf 37 Prozent Minus und nochmal Minus 50 Prozent. Also wenn man, und das werden sie auch mit so einer Übernahme natürlich jetzt nicht das Ruder rumreißen. Nicht so schnell. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ihr könnt es nochmal wirklich Aufwind geben, sollte das Government in China sagen, jetzt erlauben wir das nochmal. Dann würde ich aber jetzt trotzdem, glaube ich, eher sogar für Langfristigkeit oder vielleicht für Pfizer mit Pfizer spielen. Absolut, 100 Prozent. Immer noch. Also gerade was das ganze Thema Covid ist. Wir hatten es ja auch schon, ich habe mal relativ früh auch gesagt, Anfang 2021. Da wurde man vielleicht teilweise noch belächelt darüber. Aber dass halt Biontech kein Investment mehr zu dem Zeitpunkt war, einfach weil das Peak erreicht wurde. Und das ist jetzt natürlich, ich sage mal, das, was man genau so sehen konnte. Und solange nichts anderes kommt, wird Biontech da auch nicht weiter Gas geben. Das ist eine hohe Spekulation. Aber ich finde den Weg natürlich richtig, mit dem Kapital etwas Gutes und Kluges anzufangen. Und insofern war das eine kluge Übernahme, wenn das denn heißt, dass man vielleicht andere Immuntherapien deutlich schneller auch zum Gelingen bringt. Was haben die Aktien von Amazon, Meta, Salesforce, Cisco, Paladin, Cavana und Twitter gemein? Sie alle haben dieses Jahr schon massivst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Dieses Jahr oder? Also letztes Jahr. Und jetzt gab es gestern, also wir nehmen heute zum Donnerstagabend auf, die nächste Ankündigung, Microsoft, kürzel MSFT, wird 10.000 Jobs in diesem Jahr reduzieren oder streichen. Das ist die zweitgrößte Entlassungswelle in der Firmengeschichte. Und die Aufwendungen sollen sich auf 1,2 Milliarden Dollar belaufen. Also umgerechnet 1,1 Milliarden Dollar. Das kann man natürlich dann mal ausrechnen. Was da wer verdient. Was da wer verdient und dass da die Leute auch relativ sanft fallen werden. Ja, eben. Es handelt sich dabei um Abfindungen für die Mitarbeiter sowie Kosten, die durch die Konsolidierung von Büros jetzt hier einfach entstehen werden, erklärte der CEO Nadella. Als weiteren Faktor nannte der Manager nicht nähere spezifizierte Änderungen am Hardwareportfolio. Kannst du dir vorstellen, was dort gemeint ist? Ja, vielleicht hat man hier und da was ausgedünnt gerade in dem Surface. Achso. Nein. Achso, das war jetzt ja gut. Ich wollte schon sagen, was hä? Ne, aber es ist so, ja gut, Nokia war ja immer das Handy, was ja am Ende die Plattform hatte von Windows. Das ist ja schon länger weg. Aber ich glaube auch die Surface laufen nicht ganz so gut zum Beispiel. Da haben wir ja auch immer so eine Höhe, immer so einen Tiefen, wo es mal so auf und abweicht. Also gerade das ganze Thema Hardware und ich glaube ein Handy wollten sie ja trotzdem mal bringen. Das ist ja nicht mehr der Fall. Man muss jetzt tatsächlich sagen, die Aktie, sonst machen die ja eigentlich mal einen Sprung, aber minus 1,56% in den letzten 5 Jahren, also in 5 Tagen. Da scheint schon ehrlicherweise richtig was eingepreist zu sein. Nichtsdestotrotz gehen die Analysten davon aus, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr sein wird. Moderates Umsatzwachstum 7%, Gewinnwachstum 3,59%, 2024 dann auch wieder plus 13%, plus 16% auch beim Gewinn. Also es scheint hier so ein bisschen mal einen Schritt zurück, um dann wieder zwei nach vorne zu gehen. Spitzenreiter bei den Entlassungen ist Amazon mit 18.000, aber natürlich haben die auch eine Mitarbeiterschaft, eine Anzahl, die ist enorm. Das zählt bei den Top 8 hier, die du auch mitgebracht hast in deiner Grafik. Ich sage mal, zählt für Aldi. Die haben so viele Mitarbeiter. Es ist völlig normal auch mal zu konsolidieren. Das ist eigentlich sogar gut so, weil man muss sich natürlich immer bereinigen und wieder Effizienz auch das Geschäftsmodell drimmen. Und da sollte man jetzt natürlich nicht so viel Mitleid haben für die Mitarbeiter, wenn es jetzt auch nicht welche, die jetzt auf der Straße landen, sondern es sind natürlich immer noch hochqualifisierte Menschen, die auch woanders ihren Job finden und da wichtige Aufgaben übernehmen können. Microsoft für dich jetzt, also wir sind ja beide investiert, wäre es jetzt für dich ein Investment Case? Gerade jetzt natürlich, wo das Thema Chat-GPT aufkommt, ist das natürlich etwas Großes, wenn sie so, sie haben den Fuß in der Tür, wenn sie die 10 Milliarden hinlegen und wirklich die Hälfte des Unternehmens bekommen von OpenAI, dann ist das natürlich ein Riesenschritt. Wenn sie es schaffen, sogar bei Bing das irgendwie zu implementieren, dann könnte Bing sogar für Google so ein paar Prozente abjagen am Marktanteil. Vielleicht auch einfach ergänzen, das muss ich ja nicht mal immer gleich alles wegnehmen. Aber vor allem die Werbeeinnahmen werden dadurch natürlich viel, viel höher und wir wissen, was bei Google passiert. Wenn Bing nur ein bisschen gesteigert werden könnte, dann wäre das ja schon ein Riesenhebel, gerade aus dem Werbesektor. Was hältst du davon? Wir machen heute mal eine SEO-Beschreibung über Chat-GPT für den Aktien-Podcast. Also schaut einfach mal in die Shownotes. Wenn ihr schon dabei seid, gebt uns auch nochmal gerne 5 Sterne natürlich bei Spotify und iTunes und unterstützt unser Projekt. Aber ich würde sagen, wir lassen heute mal der KI einfach die Arbeit machen, oder? Genau, solange ich einsprechen muss, ist ja alles gut. Ja, das kommt danach. Mein nächstes Thema ist BASF. Ich komme nach Deutschland zurück und zwar, ja, dieses Jahr oder das vergangene Jahr ist jetzt so unterm Strich auch abgerechnet worden und das Jahr 2022 endete mit einem Verlust für BASF und das kam etwas überraschend, zumindest im Endeffekt, denn die Gründe hier, die Abschreibungen im Russlandgeschäft, die sind jetzt natürlich endgültig vollzogen worden, knapp 1,4 Milliarden Euro Verlust bleibt für BASF unterm Strich. Insgesamt wurden 7,3 Milliarden Euro abgeschrieben auf das ganze Russlandgeschäft und eben hier eben auch die Tochter Winterschaldea, die eben jetzt nicht mehr in Russland operiert, aber 7,3 Milliarden, Philipp, das ist schon auch nicht ohne. Also es gab Unternehmen, die waren schon mal mit der Bewertung im DAX. Positiv muss man sagen, dass der Umsatz trotzdem 11 Prozent zulegte, natürlich dank der gestiegenen Rohstoffkosten und Preise, die natürlich für BASF wichtig waren und die günstigen Währungseffekte. Auch das hat natürlich BASF einen bisschen Rückenwind gegeben. Ohne Abschreibung lag man knapp unter den Gewinnschätzungen, wenn man das jetzt mal rausrechnet und bereinigt, was ja auch, ich sag mal, okay ist in dem Umfeld und ja, Winterschaldea, Winterschaldea zieht sich komplett raus aus dem Russlandgeschäft natürlich und ist letzten Endes auch die ganzen Joint Venture, die dahinter stehen, sie sind de facto enteignet worden. Da sieht man erstmal, was das eigentlich wieder bedeutet, in solchen Ländern auch irgendwo tätig zu sein, weil westliche Firmen durften dort auch nicht mehr wirklich richtig operieren, so sagt jetzt zumindest der CEO Mario Mehren. Die Aktie, erst schwach, dann recht gut erholt, denn am Ende muss man ja sagen, ist das Schlimmste jetzt hinter einem, zumindest das Thema Russland ist durch für BASF, jetzt kommen natürlich die nächsten Probleme, aber da wird sich natürlich wieder zeigen und wir sehen auch wieder bei BASF, ganz klar, sie ist ein Zykliker. Immer wieder gibt es irgendwas, was mal ein Jahr schlecht lassen dastehen lässt, also wo man auch sieht, Verluste, mal wieder enorme Gewinne, mal wieder enorme Verluste und da gibt es eben hin und her, über die Jahre hinweg, weshalb auch der Aktienkurs nicht nach oben zeigt, sondern eben immer wieder hoch, runter, hoch, runter und tatsächlich das Wort der Achterbahn hier klar darstellt. Wäre für dich BASF ein Investment? Nie, nie, einfach weil zu züglich, zu anfällig für alles Mögliche und daher wäre ich da raus. Dann möchte ich dir aber sagen, wo du drin bist, Marcel. Ja. Nämlich bist du bei unserem heutigen Werbepartner bei Companisto in 19 Unternehmen investiert. 19 Startup-Investments haben wir getätigt. 19 Startup-Investments haben wir schon getätigt, 19 Eisen sind im Feuer, eins ist schon leider verbrannt, das können wir aber abschreiben. Ja, man muss ja auch mal üben. Man muss ja üben. Aber, Marcel, drei Beteiligungen sind schon im Wert gestiegen und ich zeige euch jetzt das mal auf YouTube. Wenn wir auf mein Portfolio gehen, dann können wir das hier uns so schön anschauen. Und hast du eine Ahnung, wir haben tatsächlich eins dabei, waren auch hier im Podcast, plus 59 Prozent. Ja, das habe ich in meinem eigenen Portfolio auch gesehen. Und das ist Green City Solutions. Krass, oder? Ist völlig an mir vorbeigegangen und die Unternehmensbewertung hat sich sogar knapp plus 80 Prozent entwickelt. Dann haben wir Content Pepper, auch hier hatten wir den Mark in unserem Aktien-Podcast, plus 9,85 Prozent. Und Hero Software, die haben es leider nicht geschafft in unserem Podcast, hätte ich auch super spannend gefunden. Sie machen ja Software für die Handwerksbetriebe. Genau. Auch hier plus 7,62 Prozent und du hattest ja auch ein Interview. Mit Surplus. Ganz frisch, genau. Was kannst du uns dazu noch kurz berichten? Ja, Surplus fand ich super interessant, also als auch Investmentidee in dem Falle, weil man natürlich das ganze Thema nachhaltige Lebensmittel, also alles, was es nicht schafft, in die Lebensmittelmärkte, weil man im Großlager schon feststellt, ah, die Gurke ist zu krumm oder hier das MAD ist zu weit oder die Delle im Joghurt ist halt nicht mehr verkaufenswert. Das wird sonst immer vernichtet, das ist natürlich eine Riesensauerei, weshalb es eigentlich klassisch auch gut ist, da mal ein Geschäftsmodell draus zu machen. Und Surplus hat das erkannt und ordert eben genau die Sachen, holt die ab und ja, verkauft es dann quasi über ihren Online-Shop. Und da kann man im Prinzip auch, ich sag mal, günstiger einkaufen, günstiger an gute Lebensmittel kommen und dabei sogar noch Gutes tun. Als Investmentthese auch interessant, ist auch sehr beliebt. Auf Companisto muss man sagen, sehr viel schon investiert, aber auch da kann man noch investieren. Genauso wie in Raronize, in OMCC und Content Pepper. Das zweite Mal, Content Pepper sind wir ja schon noch investiert, kann man nach wie vor noch machen, ein paar Tage. All das auf Companisto und da kann, genau, die Show Notes sind natürlich die Links, die wichtigen und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Link nutzen würdet. Genau. Einfach und simpel in Startups investieren über Companisto und das ab 250 Euro. Und es gibt tatsächliche Aktien auch ins Depot. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also, wir freuen uns auch einfach ganz klar. Und Vollständigkeit halber will ich noch den Risiko hinweisen. Natürlich immer höhere Risiken, weil wir reden von Startups. Es kann immer mal eins pleite gehen, deswegen breit ausstellen, nicht alles auf einen setzen und vor allem auch nicht damit das Depot aufbauen, sondern das ist eine Ergänzung zu einem doch breit diversifizierten Portfolio. Definitiv. So, machen wir weiter. Mit Apple. Apple hat die Woche einfach mal kurzerhand neue Produkte vorgestellt. Und es ging Schlag auf Schlag und Philipp, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, die Apple-Welt erweitert sich und zwar wurden neue Chips vorgestellt. Mmh, lecker. Und im Zuge dessen ist der M2 und der M2 Pro-Chip eingebaut im Mac Mini. Im Mac Mini. Der ist auch frisch. Ich weiß, ich würde es mit dem bei McDonalds gehen. Genau, den gab es jetzt frisch auch mit natürlich vorgestellt. Und das neue MacBook Pro, das ist ebenfalls vorgestellt worden mit genau diesen Chips. Also, super schnell für jegliche Anwender. Und ich glaube, das ist jetzt schon etwas, wo man sagen kann, ja, State of the Art, also wirklich High-End Performance. Am Mittwoch kam dann auch der neue HomePod Smart. Auch das nochmal, bessere Sound, Siri-Anwendungen und so weiter. Interessant, weil jetzt natürlich diese Produktoffensive auch, ich sage mal, zu einem interessanten Zeitpunkt kommt. Apple hat ja doch hier und da ein bisschen, ja, mit Nachrichten zu kämpfen von Foxconn, die sagen, naja, die Produktion ist ein bisschen runtergefahren. Ja, teilweise läuft das iPhone auf der einen Seite nicht so gut, dafür laufen die Pros, die ganzen Pro-Varianten laufen sehr, sehr gut. Also, so eine Mischung von allem und ich bin gespannt, wie auch hier wieder die neuen Produkte einschlagen. Die sind ja auch nicht gerade günstig. Es soll ja die VR-Brille kommen dieses Jahr. Glaubst du daran? Man hat ja auch gesagt, es war nicht nur an der Augmented Reality-Brille, hat man ja abgelassen von. Man ist ja aus dieser Mixed Reality-Brille jetzt weiter am forschen und mal schauen, ob die dann kommt dieses Jahr. Wäre natürlich cool. Also ich finde auch irgendwie so, also wenn man es halt einfach klassisches Buy and Hold, vielleicht, wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief, warum nicht hier auch mal einen Sparplan starten? Ja klar, genau. So, Frage an dich, welches Land auf dieser Welt hat mit seinem Aktienindex in den letzten 100 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 11,3% pro Jahr hingelegt? Indien. Nein. Nein, keine Ahnung. Es ist, Trommelwirbel, Schweden. Oh. Ja. Und deswegen dachte ich mir, dann brauchen wir auch ein paar Investment-Ideen aus Schweden. Ja, fallen mir ein paar ein, ja. Finde ich unfassbar. Das ist natürlich also wirklich unfassbar. Und sie haben ja jetzt einen Rohstoffhund von seltenen Erden diese Woche auch bekannt gegeben. Und jetzt dachte ich mir, schauen wir uns doch mal die größten Unternehmen an und du darfst dann eins raussuchen, Marcel, in welches du investieren würdest. Bist du bereit? Okay. Atlas Copco, habe ich noch nie von gehört. Börsenwert, aber tatsächlich in Euro 67,6 Milliarden Euro. Auch kein kleiner. Wahnsinn, ne? KGV von 25,5, Dividendenrendite von 1,8, Kursentwicklung in fünf Jahren auch 64%. Investor AB kennen wir natürlich auch, 55 Milliarden, Volvo 35,8, Hexagon, ein Technologiekonzern, 28,3 Milliarden. Dann haben wir Skandinavski-Enskilata-Banken, 24,3. Dann haben wir Sandvik, 22,7, Asser-Abläu kennt man auch. Genau, die Tür. Richtig groß, 23,6 Milliarden. AstraZeneca, 203 Milliarden Börsenwert. Wahnsinn. Evolution AB hatten wir auch schon ein paar Mal, 21,2. Und die Svenska Handelsbanken mit 19,6. Genau, ich glaube, ich würde noch hinzufügen wollen, Latour Investment AB ist auch, ich sage mal, eine sehr interessante Firma, kann man sich auch mal anschauen. Und Castellum, die sind eher so im Immobilienbereich tätig. Auch das interessant, wie ich finde. Aber ich glaube, man sollte sich diesen Markt mal anschauen. Ganz in Ruhe, man hat jetzt keinen Stress. Aber wenn ein Markt so stark outperformt. Und Intrum war da auch dabei, ne? Intrum ist aber jetzt nicht so gut gelaufen. Nicht so gut gelaufen. Aber trotzdem auch ein schwedisches Unternehmen. Ja, finde ich ziemlich cool. Also gefällt mir. Deswegen, ja, hätte es schon fast mein Top der Woche sein müssen. Aber, Marcel. Nächstes Mal. Willst du jetzt nochmal quizzen mit mir? Ja. Mein Top der Woche geht an Markus Söder. Warum? Weißt du warum? Nein. Er hat bekannt gegeben, gestern Abend habe ich es auf Twitter gelesen, Hut ab, wenn es kommt. Man bezahlt in Bayern ja nichts für ein Studium. Und er hat jetzt bekannt gegeben, die Meisterausbildung wird kostenlos. Das ist sehr gut. Ja. Top. Mega. Das muss man als Top der Woche sehen. Also, oder? Das sehe ich auch so. Also, dass wir mal die Politik als Top der Woche haben, sehr seltener, aber nichtsdestotrotz. Herr Söder, schöne Grüße. Bitte ausrollen für die gesamte Republik. Oder? Absolut. So wird man das Handwerk stärken. So muss man. Das sind ja enorme Eintrittsbarrieren auch für Gesellen. Na klar. Und er sagt, ein Master muss auch gleichwertig sein dem Master. Ja. Toll. Das war krass. Also, Chapeau, Hut ab, Grüße nach München. Ja. Oder? Genau. Ich bleibe auch in München mit meinem Top der Woche. Und zwar erhält Siemens einen riesengroßen Milliardenauftrag. Und auch in Indien, Philipp, gibt es Schienen. Nein. Und nicht nur irgendwelche, sondern es ist weltweit eines der größten Schienennetze, die es überhaupt gibt. Ist ja auch ein großes Land. Keine Frage. Indien sieht man ja schon an der Karte. Und es sollen eben mehr Waren auf die Bahn kommen, also sprich über die Bahn transportiert werden. Hier geht es also wirklich mehr um die Güterzüge und die staatliche Eisenbahn. Indien Railways bestellt über 1.000 Loks bei Siemens. Können wir da investieren. Ganz konkret sind es 1.200 Lokomotiven. Die über 11 Jahre hinweg geliefert werden sollen. Und damit erreicht Siemens Mobility den größten Auftrag seiner Firmengeschichte. Ein Vertragsgegenwert von mehr als 3 Milliarden Euro in einer Unterschrift, wenn man so möchte. Und ja, Siemens baut das Ganze, testet und wartet auch diese bis 2035. Also hier wirklich ein Riesenauftrag. Der CEO von Siemens, Roland Busch, möchte Indien dabei helfen, das größte elektrifizierte Schienennetz der Welt zu bauen. Und ich glaube, da kann man doch durchaus ordentlich Geld verdienen. Ich glaube, er wird das eher schaffen, in Indien als in Deutschland, die Bahn zu modernisieren. Sollen wir das als Spekulationen wieder aufnehmen? Die Siemens-Aktie ist zuletzt ja schon sehr freundlich, muss man sagen. Also hat es schon ganz schön zugelegt. In den letzten Wochen ist auch weit entfernt vom 52-Wochen-Tief. Eher dem 52-Wochen-Hoch zugeneigt. Fehlen nur noch ein paar Euro. Also hier sieht man auch eine gewisse Outperformance, die, ja, richtig cool ist. Positiv, natürlich langfristig ein Unternehmen, was man, wenn man es gehalten hat, jetzt nicht viel PEP gegeben hat, weil es ja auch, ich sage mal, relativ volatil zuging und immer wieder mal auch ordentliche Rückschläge dabei waren. Ja, muss man ein bisschen überzeugt sein von. Dividende, gut, klar, spielt auch eine Rolle. Aber das ist auf jeden Fall erstmal ein Top der Woche für mich. Also laut Seeking Alpha sind sie als Industrie-Konglomerat trotzdem die Nummer 1. Also so von der Bewertung her, von der Profitabilität, auch vom Momentum. Smiths Group ist mit dabei, Honeywell J.E., also General Electric, Hitachi. Ja, ich würde mir vielleicht auch mal Honeywell mit angucken, wenn ich in ein Industrie-Konglomerat investieren wollen würde. Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und wir sagen jetzt schon mal wie die Flippers wieder Dankeschön. Es war schön, leider müssen sie gehen und werden gehen oder müssen nicht, aber wollen gehen, nämlich Linde. Und die Aktionäre von Linde haben heute zum Donnerstag beschlossen, es wird den Rückzug aus Frankfurt geben. Von der Frankfurter Börse wird man sich zurückziehen. Und ja, wo geht man hin? Natürlich, man wird in den USA gelistet sein. Ich finde es super schade, nee, am Mittwoch war das sogar schon, da haben die Aktionärinnen und Aktionäre bei einer Sonderhauptversammlung in den USA zu 93% für den Rückzug aus dem Standort Deutschland. Wie hättest du es gestimmt, wenn du Linde Aktionär wärst? Wahrscheinlich auch. Ich auch. Der CEO sagt es auch ganz klar, diese ganze Börsennotierung in Deutschland, die bremst uns. Ja, das ist eigentlich auch so. Das ist es, ja. Ja. Ich kann natürlich auch verstehen, dass einige jetzt sagen, es sollte ja eigentlich eine Fusion untergleichen werden. Es scheint doch so, als hätte Praxair Linde eigentlich gut übernommen. Ja. So durch die Hintertür ein bisschen. Linde natürlich einer der größten Industriegasehersteller der Welt, deutlich größer auch in die, als wir, in die von uns beiden doch präferierte Erdekid. Ja. Linde, doch sehr interessant. Wir haben uns ja auch ein bisschen verhaspelt, weil wir hatten ja gesagt, sie sind zwar steuerlich in Irland, aber trotzdem gelten sie nach Recht aus Großbritannien. Also das heißt, hier ist die Dividende auch steuerfrei. Genau. Großes Unternehmen hat in einem Jahr keinen Blumentopf gewonnen. Dann könnte man vielleicht überlegen, ich glaube, Industriegase wird es immer geben, auch Wasserstoff, hier sind sie natürlich. Wenn man in Wasserstoff investieren möchte, dann vielleicht hier. Dieses Jahr soll aber laut Analystenschätzungen auch wieder ein Übergangsjahr werden. Also die Umsätze sollen um gerade mal 1,3% zu legen. Synergieeffekte kommen jetzt hier natürlich immer noch zu Tage. 7,42%. Nächstes Jahr 2,24%. 4,8% beim Umsatz und 10,74% beim Gewinn je Aktie. Ich finde es schade. Es zeigt einfach, der Standort Deutschland ist nicht attraktiv, wenn man es mit der Börse betrachtet. Und tatsächlich auch, weißt du, wer jetzt will, das habe ich heute auch im Handelsblatt gelesen, ist die Euronext. Die Börse drängt es auch nach Frankfurt. Sie wollen deutsche Unternehmen selbst auch nach Amsterdam holen. Dann wäre auch schon an der Euronext. Genau. Linde, für dich ein Buy, Hold, Sell? Buy and Hold. Auf jeden Fall. Das hat sich auch gelohnt bisher. Und seitdem die Fusion durch ist und der Aktienkurs gebildet, ist sie nur im Aufwärtstrend. Darf man abgesehen. Also klar, immer mal mit hohen Höhen und Tiefen. Und deswegen auch, ich sage mal, nach 52 Wochen jetzt gerade genau an dem Punkt, wo sie sagen, nichts gewonnen, nichts verloren. Aber die Tendenz ist halt immer weiter steigend. Man ist auch nahe der Trendlinie. Also es wird der Linde-Aktie definitiv gut tun. Und ich glaube, am Ende des Tages, ja, ich habe es mal gelesen, jetzt so auch durch Instagram, dass manche denken, naja, muss ich jetzt verkaufen, soll ich lieber verkaufen? Nee, es wird angewandelt. Ganz im Gegenteil. Ja, eben. Also wenn du jetzt eine Aktie hast. Das ist richtig. Aber manche haben gesagt, ist das vielleicht schlecht für Linde. Ich würde genau das Gegenteil tun. Also wenn ich noch nicht investiert wäre, wäre das wieder ein Grund, eher zu kaufen. Verkaufen auf gar keinen Fall. Vor allem nicht aufgrund dessen, weil sie jetzt nicht in Deutschland gelistet sind. Vielleicht wäre es auch, um nochmal Ordergebühren zu sparen. Jetzt vielleicht nochmal interessant zu gucken, wie viele Ordergebühren habe ich denn, wenn ich jetzt Linde-Aktien kaufe. Ja. Weil danach, wenn sie an der NYSE oder Nasdaq sind, wird es natürlich ein bisschen teurer. Ich könnte natürlich jetzt eine böse Spekulation machen, weil sie erhöhen ja auch immer schön regelmäßig die Dividenden. Und ich sage, sie erhöhen jetzt, zur nächsten Ausschüttung, die Dividende. Aber ich könnte ja schätzen, wie viel. Ja. Schaffen sie mehr als 10% um die Aktionäre bei Laune? Warum soll ich sie bei Laune halten? Ist ja nichts verloren gegangen hier. Ja, ja. Also ich glaube, hier muss man niemanden bespaßen. Ich sage, sie werden die Dividende um 11% erhöhen. Ja. Das schreibe ich jetzt hier mit rein in unsere Excel. Okay. So. Bitte. Ja. Warum nicht? Ist, glaube ich, keine steile These. Wie gesagt, es ist wirklich top und es muss sich nicht verstecken. Und es ist eigentlich nur eine gute Geschichte, dass man jetzt auch, ich sag mal. Was habe ich gesagt? 11%. 11% hast du gesagt. Wir alle haben es gehört, Philipp. Kannst du jetzt nicht mehr zurückgeben. Es kommt hier jetzt rein, ja. Gut. Mein Flop der Woche. Bitte. Ist der Auftragseingang bei Windkraftanlagenbauern Nordex. Gibt es die noch? Ja, die gibt es noch und die ist jetzt wieder rückläufig gewesen für das Jahr 2022. Und das ist ja schon schwach, wenn der Auftragseingang eben auch rückläufig ist. Hier geht es nicht nur darum, was man umgesetzt hat am Ende des Jahres, sondern tatsächlich auch, was man an Aufträgen bekommen hat. Und hier geht es weiterhin rückläufig zu. Und hier muss man sagen, 2021 gab es eben mehr. Gut, da war auch aus Australien ein ziemlich großer Auftrag dabei, der natürlich sehr viel Volumen gebracht hatte. Aber man muss ein bisschen was festhalten. Die Aktie kommt natürlich nicht richtig an Fahrt. Das ist eher ein Auf und Ab innerhalb doch größerer Zyklen. Und ja, es ist ein bisschen schade, weil so ein Zukunftstrend ja doch nicht ganz unwichtig ist für den erneuerbaren Energienausbau. Und ich glaube, da ist Nordex nach wie vor nicht glücklich. Gilt übrigens auch für Siemens, Gamesa und Co. Also irgendwie scheint diese Branche nicht aus dem... Ich verstehe auch gar nicht, warum die es alle nicht schaffen, hier mal zu Pötte zu kommen. Naja, doch. Es ist halt ein sehr teurer oder sehr investitions- oder kapitalaufwendiges Geschäftsmodell. Nordex berichtet ja immer wieder von, ich sag mal, auch gestiegenen Einkaufspreisen, gerade bei den Bauteilen. Das stimmt. Das ist halt genau das Thema, was man vielleicht bei der Solarpanel nicht ganz so sehr hat. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu unserem Aktien-Podcast und du hast ja gearbeitet wie ein fleißiges Bienchen. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, Marcel, die Investmentbank Jefferies empfiehlt 13 Aktien für 2023. Ja. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen in den Kopf werfen. Okay. Und dann wirst du uns mal deine Meinung sagen. Und du wirst auch sagen, am Ende in welche von diesen 13 würdest du investieren, wenn du die 10.000 Euro Investmentidee mit Marcel... Eingangs hast du ja schon erwähnt, dass es wohl auch um europäische Sachen geht. Genau. Also es sind keine Amerikaner mit dabei. Ah ja. Es ist ganz interessant. Sie setzen auf verschiedene Teile, also einmal auf erneuerbare Energien, Qualitätsunternehmen und auf defensive Aktien. Was möchtest du als erstes hören? Qualität, erneuerbare Energien oder defensive Aktien? Ich hätte gerne erneuerbare Energien, weil wir gerade beim Thema waren. Erneuerbare Energien. Okay, halte ich fest. Als erstes den niederländischen Mischkonzern Alberts. A-A-L-B-E-R-T-S. Habe ich noch nicht gehört. Okay, was machen sie? Ist ein Mischkonzern und sie haben angeblich große Chancen in den Endmärkten wie umweltfreundlichen Gebäuden, nachhaltigen Transportwesen und Halbleitereffizienzen. Würdest du uns eingefallen tun und uns mal was zum Chart sagen? Ja, Alberts Industries. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus nach monatelangen Abwärtswochen, muss man sagen. Also es ging hier doch rasch nach unten von 60 auf knapp 30. Also in der Spitze hat man sich halbiert und seitdem aber wieder ein bisschen erholt. Der Abwärtstrend gebrochen. Auch erfreulich, seitdem die Aktie auch eher im Aufwärtstrend schon wieder zurückgekommen. Ja, zuletzt auch nicht ganz schlecht. Ich glaube bei 40 Euro könnte man, wenn man überzeugt sein sollte, durchaus mal eine Position eröffnen, wenn dort der Kurs wieder bremsen sollte nach der aktuellen kleinen Korrektur, die wir diese Woche sehen. Wäre das für dich ein Investment? Da müsste ich mich, glaube ich, sehr viel tiefer anschauen und mich natürlich auch mit dem Geschäftsmodell noch weiter auseinandersetzen. Ist aber mal interessant, wieder was Neues zu lernen und zu sehen. Und ja, wir sind natürlich breit gefächert. Dann machen wir weiter mit Maya Burger. Solarpanel. Sie sollen so der europäische Solarpanel-Hersteller werden. Ich glaube, das ist ein bisschen viel Träumerei tatsächlich, weil am Ende, glaube ich, ist immer, der Preis ist heiß. Ja, und es ist ein Pennystalk, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wieder ein ziemlicher Zock. Ja, genau. Also muss kein schlechter sein. Also wer da überzeugt ist und da vielleicht bessere Fachkenntnisse hat, gern zu. Alles gut. Zuletzt ja auch, ich sage mal, relativ positiv stehend im Verhältnis. Es sind auch Schweizer. Also auch da ist natürlich die Aktie wieder mit Nebenkosten. So muss man wieder berücksichtigen, ob sich das überhaupt lohnt. Und ja, nicht ganz billig. Also nicht ganz billig im Sinne von Nebenkosten. Ja. Dann die von dir angesprochene Flop der Woche. Gescholtene. Gescholtene Nordex. Und da sagen sie, bei Nordex liegt der Kurs mittlerweile, also über dem Kursziel. Aber nichtsdestotrotz halten sie das Unternehmen für attraktiv, weil es in rund 90 Prozent der relevanten Märkte für Onshore-Windmärkte, also weil sie da einfach aktiv sind. Und somit ist einfach eine Diversifizierung möglich und sie haben die Möglichkeit, dann mal in ihren Märkten halt Windräder zu platzieren. Ja, also wenn mich jemand fragen würde, ob er irgendwo in Windräder investieren sollte, würde ich sagen, nein, lass die Finger weg, weil das euch einfach nicht lohnt, weder aus Aktionärsicht noch aus Unternehmenssicht. Und alle, die da kämpfen, kämpfen eben und deswegen auch ein Auf und Ab. Seit 2016 ist hier eigentlich nichts, ach, was sage ich, seit 2000 ist im Prinzip hier nichts gewonnen, sondern einfach nur eine Seitwärtsphase, die super ausgedehnt ist. Also wer hier ein Trader ist und das Unternehmen gerne mal von 5 Euro hochnimmt bis nach 20, ja, okay. Aber alles andere ist wirklich eher Augenwischerei und deswegen würde ich hier nicht mitgehen. Jetzt. Qualität? Qualität? Möchtest du Qualität? Ich hätte gerne mal Qualität. Also, Bechtle. Ja. Bechtle, glaube ich, bist du ja total dabei, ne? Also, Bechte, Bechtle. Sie erwarten eine abnehmende Auftragsdynamik, aber sie erwarten weiterhin, dass solide und wachsende Engagement bei öffentlichen Auftraggebern stützt jedoch weiterhin das Ergebnis, insbesondere in Phasen der wirtschaftlichen Schwächen. Ja, das haben wir ja auch gesehen. Die Zahlen waren bei Bechtle ja auch sehr, sehr gut, haben ja auch gezeigt, dass Wachstum weiterhin zweistellig ist, was vorher nicht unbedingt sicher war. Und ich glaube, was wir ja an Digitalisierungsbedarf haben in Deutschland, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Es ist immer noch ulkig, sich mein Personal ausweist, irgendwo zu erstellen. Da fährt man immer noch hin, da muss man sogar noch abholen. Hilfe. Wenn ich das alles so sehe, wird mir immer Angst. Ich glaube, da laufen uns viele andere weg. Und deswegen, ja, gibt es einiges zu tun hier. Dann gibt es von mir als nächstes für dich CTS-Evente. Und hier sagt man einfach, durch den Nachholbedarf nach der Covid-Pandemie stieg im dritten Quartal der Umsatz zum Vorkrisenniveau um mehr als 100%. Und die Website-Tracker deuten darauf hin, dass sich die starke Leistung fortsetzen wird. Ja, aber wenn ich aber auf den Chart eingehen kann. Ja, gerne. Es sind nur noch 6 Euro bis zum Allzeithoch. Und das, obwohl man so viel gescholten, auch durch die Corona-Krise natürlich relativ schwierig durchgekommen ist. Und trotzdem hat das irgendwie funktioniert. Also, ja, Aktie definitiv attraktiv, muss man sagen. Gerade auf langfristige Sicht hat sie bisher eigentlich nur Performance gebracht. Und die Performance gibt am Ende dem Anleger recht. Und deswegen, was soll man dagegen sagen? Also, ja, von mir aus. Jetzt meine Frage an dich. Möchtest du nach Belgien oder möchtest du nach Schweden? Gerne nach Belgien. Nach Belgien. Ja, das Tomorrowland freue ich mich da mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Okay. Ich buchstabiere es erstmal und dann musst du mir sagen, wie du es aussprechen würdest. D-Apostroph-L-E-T-E-R-E-N. Deleterren. Deleterren. Ja. Und da muss man tatsächlich sagen, ich war total überrascht. Hast du von dem Unternehmen schon mal gehört? Nie. Aber es ist, sie gibt es seit 1805 und sie sind sehr langfristig orientiert, sehr wertschöpfend und sie wollen über Familiengenerationen hinweg Wachstum generieren. Und sie sind ganz klassisch mit dabei. Sie haben verschiedene Segmente und das eine Segment, das kennst du auch, ist Bill Rond. Und dort hat man, in verschiedenen Ländern bietet man Autoreparaturen an, spezialisiert auf Scheiben. Ah. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Okay. Keine bezahlte Werbung. Sie gehören zu diesem Unternehmen. Das ist ja mal interessant. Wusste ich gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Dann gibt es noch einen Automotive-Bereich. Hier vertreibt man tatsächlich, also ist man Gebrauchtwagenhändler. Dann gibt es auch nochmal, wo man Ersatzteile handelt, Lifestyle-Marken, kultige Notizbücher, Moleskine, habe ich glaube ich schon mal gehört sogar, und Immobilien, also man kauft auch ein paar Immobilien. Was sagst du uns denn zu diesem doch so ungewöhnlichen Exoten? Ja, tatsächlich ungewöhnlich. Kannte ich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört. Nee. Und ja, spannend. Vielleicht sucht mal bitte der Community die WKN aus, wenn es nicht so leicht ist, einfach mal zu schreiben und zu suchen, weil klar, Apostrophe und so ist natürlich immer etwas schwieriger einzugeben. Und ja, also ich bin überrascht, tatsächlich wäre jetzt nichts für mich. Wir haben ja auch, ich sage mal, am Sonntag haben wir ja im Aktiencheck AutoZone. Ja. Da haben wir ja, ich sage mal, relative Parallelen, muss man dazu sagen. Da haben wir ja auch schon, ich sage mal. Aber die Aktien in drei Jahren 195 Prozent. Ja, wird wahrscheinlich genauso profitiert haben, natürlich von der Geschichte der ja weniger Neuzulastungen. In fünf Jahren 358. Ja, kann sie sehen lassen. Brutal. Absolut. So, die WKN wolltest du wissen? Ja. A1H5AN. Ja, doch interessant, kann man nicht meckern. Also auch hier gibt der Kurs definitiv recht, Seitwärtsphase fast überstanden, schöne Tasse mit Henkel, die sich hier gebildet hat. Das ist natürlich wieder bullig, wenn das ausbricht. Und ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen seit dem Corona-Tief deutlich von. Wahnsinn, oder? Das ist ziemlich heftig. Und auch hier seit dem Jahr 2003 ungefähr 1075 Prozent. Jetzt könnte man nicht mal reden von irgendwie einer Mega-Überbewertung. Ich meine, ein KUV von knapp über 2 für das aktuelle Jahr. Oder knapp gut 2,5. Die Dividendenrede, die da ist mit dabei, wächst auch regelmäßig, nahezu regelmäßig. Coole Sache, ne? Kann man mal machen. So. Das letzte qualitativ hochwertige Unternehmen aus Schweden. Mips. Mips. M-I-P-S schon gehört? Nein. Ich auch noch nicht. Okay. Und sie sind ein schwedischer Entwickler einer Helm-Technologie für Reiten, Fahrrad und Skifahren. Und hier ist einfach die Investmentidee. Durch die zunehmende Bedeutung von Helmen im Straßenverkehr und dem E-Bike-Trend sehen die Experten hier Chancen. Wie siehst du das charttechnisch? Ja, bis 2022 ein wahrer Dauerläufer. Da ging es von 2018 an bis 2022 von 50 schwedischen Kronen bis hin zu 1.200. Boah. Das ist ein echter Vervierfahrer. Und jetzt aktuell ist man bei 407 wieder. Also man ist ziemlich stark runtergerutscht. Und tatsächlich aber jetzt der Trend schon gebrochen. Also wer hier irgendwie eine Chance sieht, das fundamental total irgendwo auch fühlt, wenn man das so möchte, hat man hier sicherlich eine Chance. Ja. Ja, im wahrsten Sinne. Man hat jetzt, also zum Allzeithoch sind es jetzt 165 Prozent, die fehlen. Das ist schon auch eine Rallye, wenn man sagt, das war damals gut bewertet. Und jetzt ist es halt, ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir haben ja trotzdem eine relativ hohe Bewertung, auch nach wie vor. Da müsste man natürlich nochmal tiefer eintauchen. Aber interessant, auch vor allem aus charttechnischer Sicht. Dann WKN, A2D, NT6. Verrückt, Sachen gibt's. Bist du bereit für? Defensives. Defensives, da habe ich für dich noch zwei. Und das alles hat Cherfries, das muss man vielleicht nochmal erwähnen. Also wir wollen jetzt nicht hier Bingo und Top-Schlagen spielen mit irgendwelchen No-Names. Aber glaubst du, dass diese 13, also du kennst ja noch gar nicht alle 13 Aktien. Ich kenne noch nicht alle, das frage mich jetzt am Ende. Das wird eine schöne Spekulation dann wieder. Okay. Möchtest du als erstes in Schweden bleiben oder reisen wir? Schweden, Schweden, Schweden. Niederlande. Gib mal ein, warte. Wimian. Ja, genau. Wimian Group. Hast du die schon mal gehört? Nein. Ich auch noch nicht. Die WKN lautet A3CSG7. Die Aktie hat brutal minus 54,5 Prozent in einem Jahr. In drei Jahren minus 69. Und so lange gibt's die auch noch gar nicht an der Börse. Seit Juni 2021. Die Aktie steht bei 2,77 Euro. Hat einen Börsenwert von 1,24 Milliarden Euro. Und sie sind ein Veterinärunternehmen. Und sie bieten Dienstleistungen im Bereich der Tiergesundheit, Spezialpharmazeutika, Diagnostik an. Alles für den Tierarzt. Finde ich eigentlich immer eine ganz spannende Geschichte. Weil ich glaube, wir würden eher aufs Essen verzichten, als unserem Tier nichts zu geben. Ja. Ist was dran. Was sagst du? Ja. Immer spannend. Also alles, was so irgendwie in die Richtung Tiergesundheit geht, ist ja immer doch auch spannend. Weil Zoetis ist ja auch immer noch, ich sag mal, kommt auch sehr oft in der Community vor, dass wir auch mal Fragen kommen. Finde ich auch gerade sehr günstig, Zoetis. Aber nein, wir bleiben jetzt in Europa. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Unternehmen. Muss man sich mal anschauen, tiefer anschauen, wenn da Bedarf ist. Vielleicht mal was für einen Aktiencheck. Dann haben wir IMCD. Auch noch nie gehört. Aus Holland. Okay. WKN A116 P8. Ein Chemikalienhändler. Minus 8% in einem Jahr. Plus 84 in 3. Also auch hier wahrscheinlich ein klassischer Zykliker. Aber nichtsdestotrotz in 5 Jahren 174%. Ja, für ein zügiges Geschäftsmodell, aber ein sehr, sehr unzüglicher Chart, muss man sagen. Abgesehen von der kurzen Übertreibung, die zum Hoch geführt hatte. Aber wenn man das Chart nicht mal aufmacht, seit 2015, ein echt lupenreiner Aufwärtstrend mit ein paar kleinen Dellen. Aber das war dann eher sowas wie Corona mal kurz. Oder eben der Ausreise jetzt dann so Ende 2021. Aber ansonsten, ziemlich stabiles Unternehmen. Coole Geschichte, auch mal was ganz anderes. Und du sagst gerade, es sind Händler. Ja. Also nicht wachsende Umsätze, wachsende Gewinne. Ist ja schon mal, ich sag mal, auch von den Zahlen her nicht sehr züglich. Weißt du, was ich von dir möchte? Ich will gar nicht eine 10.000 Euro Investmentidee, die machen wir im Aktiencheck. Ich möchte von dir wissen, ein Korb, der aus diesen 13 Aktien, du musst Minimum 7 Stück nehmen, die das Potenzial haben, dieses Jahr den Markt zu schlagen. Ui, ui, ui. Ja, ich weiß nicht, dass du jetzt hier nur sagst, hier Mips. Und dann ist vorbei. Ja, nein, also ich glaube, Bechtle gehe ich mit. Bechtle. Dilettärin. Ach, das muss man ja, woher schreibt ihr. Genau. Da wäre ich mit dabei. Genau. Da glaube ich definitiv mit. Dann Eventim. Eventim. Würde ich auch mitgehen, weil natürlich beliebt. Mips. Oder Mips. Mips. Ja. Wäre ich auch interessiert darin. Ja, dann wird es schon schwierig. IMCD wahrscheinlich auch. Nicht ganz schlecht. Noch zwei. Dann nehmen wir mal noch die Vimien. Grupp aus Schweden. Ja. Und der letzte? Nehmen wir Albert. Ah, mit Doppel A. Genau. Albert wird den Markt schlagen. Okay. Lassen wir uns gerne messen in einem Jahr. Also am 19. Januar. Oder wir machen die letzte Jahresfolge. Okay. Da räumen wir mal auf mit unseren wilden Thesen. Letzte Woche war ich ja mit dabei mit einem Korb aus verschiedenen Unternehmen. Wird den Markt nicht schlagen. Das wird, glaube ich, einfacher. Das ist. Du könntest aber deine Bed Bath & Beyond Spekulationen. Könnte aufgehen. Du liegst jetzt schon 27 Prozentpunkte vorn. Läuft. Wahnsinn. Was habe ich da gesagt? Ganz genau. Der wird unter 5,24 Dollar liegen. Okay. Sollte ich schaffen. Ja. Und dein Taiwan Semiconductor. Plus 15 Prozent schon. Oh, kommen wir. Das war ja eine Investmentidee. Ja. Was eine Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner. Also das waren die 13. Genau. Könnten wir öfter mal machen. Fand ich eigentlich ganz cool. Auch so ein paar Investmentideen. Ich glaube, da ist heute mal für jeden mal ein bisschen was dabei, um über den Tellerrand hinaus zu sprechen. Genau. Der Tellerrand, der berühmte. Und ich glaube mal, Jefferies ist ja auch mal wirklich sehr, sehr spannend. Gerade auch bei Analysen, wenn man das mal so liest, was so alles so dahinter steckt. Bei manchen Einschätzungen sollte man auch immer mal zumindest für seinen eigenen Kompass mit hinzufügen. Ja. So, Marcel. Deine Investmentidee diese Woche. Und die werden wir jetzt natürlich dann wie immer bei unserem heutigen Werbepartner Trading 212, werden wir diese dann jetzt auch live in unserem Basket kaufen. Ja. Gar nicht so einfach. Ich habe länger gebraucht. Und Philipp, ich bin mir jetzt sicher mittlerweile. Es wird. Die Deutsche Post. Die Deutsche Post. Ja. Das ist meine Investmentidee in dieser Woche. Und weit weg von dem, was wir heute jetzt hier zumindest von Jefferies gehört haben. Aber die Deutsche Post ist mir schon im Chartcheck aufgefallen. Sie sind ausgebrochen aus ihrer Abwärtsphase. Und ja, ich sage mal, der Ausbruch ist vonstatten gegangen. Der Rücksetzer kam auch schon. Und ich glaube, an einem gewissen Punkt kann man durchaus mal reingehen. Wir müssen es ja nicht für immer halten. Ich sehe es ja eher ein bisschen zyklig bei der Deutschen Post. Aber ich glaube, das Chancen-Riesengüttemberhändnis ist aktuell sehr, sehr gut. Die Dividende steht vor der Tür. Und man kann auch auf Aufwärtskurspotenzial hoffen. Deswegen hier meine Investmentidee für diese Woche. Finde ich sehr, sehr gut. Dann ist natürlich meine Frage an dich. Möchtest du jemand rauskegeln? Taiwan Semiconductor? 16,9%. Supermicrocomputer? Minus 13,7%. Nö. Nein? Okay, dann passen wir den Basket an. Und ich bringe dann mit als Investmentidee die Brookfield Asset Management. Und da hast du ja heute schon gleich gesagt, was? Habt man doch schon mal. Dann sag ich ja, aber der Spin-Off ist vollzogen. Und wenn man jetzt in die neue BAM investiert, die neue Brookfield Asset Management, dann kriegt man tatsächlich diesen Vermögensverwalter. Sehr kalkulierbare Cashflow, sehr kalkulierbare Erträge, sehr schöne Dividenden wird es hier geben. Sie wollen 90% ihrer Gewinne ausschütten. Also das ist ein Dividendenwert. Und das wird eine ganz interessante Geschichte, weil sie werden einfach, es ist sehr kalkulierbar. Du weißt immer nicht, was werden die Einzelnen machen. Aber hier hast du Fixvergütungen etc. pp. Die Market Cap ist jetzt glaube ich so bei 12 Milliarden US-Dollar. Aber wer sagt, ich will aber noch ein bisschen mehr, der kann sich natürlich auch die Brookfield Corporation mal anschauen. Dort ist alles gebündelt von Brookfield, Renewable Partners etc. pp. in einem Unternehmen. Ja, auch nicht ganz schlecht. Gut, dann würde ich sagen, wir passen unseren Basket an. Anteil hinzufügen. Wo machen wir das? Natürlich bei unserem Werbepartner Trading 212. Dort kann man sehr, sehr günstig handeln. Genau, wir haben dort die Basket sozusagen. Kannst du mal kurz erklären, was der Basket ist und ich lege hier los. Wie der Name schon sagt, ein Basket ist ein Korb, ein Korb, so wie ein ETF am Ende des Tages auch ein Korb ist aus verschiedenen Unternehmen eines Index. Und insofern kann man sich hier seinen eigenen kleinen ETF zusammenbasteln und auch gleichzeitig sagen, wie die Gewichtung der einzelnen Investments sein soll. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht breit diversifiziert anlegen kann, weil ich zum Beispiel ein Depot habe, wo ich sage, okay, ich will jetzt erst anfangen, ich will reinfinden, dann wäre das insofern schon mal eine gute Idee, dass man sagen kann, ich kann von der ersten oder vom ersten Euro direkt breit diversifizieren, meinen eigenen ETF erstellen. Warum sollte ich das machen? Naja, ich habe immer das Problem bei den ETFs, dass da viele Unternehmen dabei sind, die mir ja eher suspekt sind, wo ich da vielleicht auch nicht investieren würde und deswegen will ich auch nicht zum Teil dort investieren. Also sage ich mir, die Unternehmen, die mich überzeugen, langfristig mit den jeweiligen Investment Cases, die dahinter stehen, die möchte ich gerne besparen, dann kann ich das mit einem Basket tun und kann da auch relativ unlimitiert drauf loslegen. Genau, so wir haben alles angepasst, Marcel, 12% wird der Anteil sein am Basket und das Schöne ist für alle, die jetzt sagen, ich will mir meinen eigenen ETF machen, die können sich natürlich die App über unseren Link downloaden. Und den findet ihr in den Shownotes, ihr verifiziert euch, ihr meldet euch an und dann könnt ihr einfach in dem Menü Aktionscode nutzen, den Code Value eingeben, V-A-L-U-E und ihr erhaltet eine Gratis-Aktie. Also ziemlich cool, wir speichern jetzt alles und sobald die Börsen dann auch wieder aufhaben, wird dann wieder alles fertig gemacht. Es fällt eine Gebühr an von 0,15%, es werden ein paar Anteile dann verkauft und wieder gekauft, weil wir wirklich da auch ein Rebalancing machen. Und jetzt steht hier noch, wir müssen noch warten, es ist nämlich schon 21.40 Uhr, bis die deutsche Börse wieder aufmacht, aber das wird morgen dann der Fall sein. Und dann ist auch schon wieder alles fertig. Kommen wir zu den Aussichten für nächste Woche. Hui, hui, hui. Was, hast du jetzt hier einen gleichen, längeren Monolog? Ja, ein längerer Monolog, also jeder, der jetzt gefährdet ist, einzuschlafen, der sollte jetzt dann doch mal rechts ranfahren. Wir sehen uns. Genau. Am Montag wird gleich berichten am Abend, Brown & Brown Insurance, interessant, weil ja die letzten Versicherungsunternehmen auch schon ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht oder durchwachsene Ergebnisse präsentieren konnten. Am Dienstag, Johnson & Johnson, Dana here, Verizon, Raysian Technologies, Lockheed Martin, Union Pacific, GE3M, Travellers wird nochmal berichten, Dr. Horton wird dabei sein am Abend dann, wir sind dabei. Microsoft zum Beispiel, Texas Instrument wird auch berichten, Intuitive Surgical, ja, dann F5 Networks, Silgen ist mit dabei, dann am Mittwoch, Abbott Labs, ASML, NextEra Energy, AT&T, Boeing, Elements Health, auch ein sehr interessanter Krankenversicherer, ATP, auch immer wichtig, wie die Zahlen dort so sind. Amphenol wird berichten, am Abend dann die Zahlen von Tesla, auch hier natürlich super spannend, IBM, ServiceNow und LAM Research. Ich sehe jetzt mal, gut. Nein, es gibt ja noch den Donnerstag, es gibt ja noch den Donnerstag, da wird Mastercard berichten, Comcast, Diageo, SAP, Nosra Prummen und auch Blackstone, immer wieder auch interessant, wie ich finde. Am Abend dann Visa, auch Elfer um Arsch wird berichten, Intel, L3 Harris, Arthur J. Gallagher, ich bin ja investiert, seit noch nicht allzu langer Zeit, ResMed ist mit dabei, am Freitag dann noch die Zahlen von Chevron. Ich sage es kurz noch, wir haben darüber gesprochen, Excel Energy, super, also wirklich ein Dauerläufer aktuell, du sagtest mir charttechnisch, kein Investment, aber sie sind ein Unternehmen, das geschafft hat, in den letzten 10 Jahren, jedes Jahr eine positive Rendite zu erwirtschaften. Chapeau, kann man mal so mitnehmen, schauen wir uns mal an in den nächsten Folgen. American Express wird am Freitag auch noch mit berichten, dann gibt es noch Zahlen von Roper Technologies und Kolkade, Palmolive und noch ein paar kleinere. Ich werde wieder natürlich die Quartalszahlen versuchen, alle irgendwie in unsere Story auf Instagram zu verlinken, uns reinzubringen. Deswegen folgt uns auch dort. Ja bitte, genau, da folgen und natürlich sind wir da auch immer gern glücklich darüber, dass wir Feedback bekommen, auch das natürlich immer interessant. Am Montag gibt es Dividenden von Roper Technologies, Heiko, Dienstag ist mit dabei, Oracle, Mittwoch, Cisco, Comcast, Equinor, Enel, General Electric, E-Line Technologies, Donnerstag Live Storage, Simpson, dann Manufacturing Company, Johnson Outdoors. Am Freitag gibt es Dividende, Dänder hier, Idex kriegen wir auch nochmal für die M4E Holding, Burberry, Marcel, dann gibt es wieder einen neuen Schal für dich, Lumana wird dann auch noch bezahlen. Ich bin gespannt, ob ich mit dabei bin, Footlocker und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich bedanke mich bei dir, sehr schön, hat viel, viel Spaß gemacht. Unterstützt uns wirklich gerne mit einem Like, mit einem positiven Feedback auf iTunes. Empfehlt uns euren Freunden und allen, die ihr noch so kennt und wenn ihr den Leuten auch die Zeit rauben wollt, auch uns empfehlen. Ja genau, richtig, guter Punkt und rettet die Menschen vor der Altersarmut. Das ist ja eigentlich die Mission, denn wir wollen alle ordentlich leben, auch im Alter und ich glaube, da wäre es schade drum, wenn man nicht selbst vorsorgt oder wenn dann auch vielleicht auch falsch vorsorgt. Deswegen können wir nur zusammen dran ziehen, dass die Rente sicher ist. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.